Jo, es ist mal wieder Zeit für ein kleines Pack Opening. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Heute kein mega großes Ding hier. Wo bin ich denn jetzt drauf gegangen? Da wollte ich gar nicht drauf. Das interessiert mich doch gerade überhaupt nicht. Heute kein mega großes Ding. Wir werden jetzt einfach... Ja, da sind wir auch schon fertig. Genau. Wir werden jetzt einfach mal hier ein paar super phänomenale Pakete aufmachen. Ich brauche einfach mal ein paar Cash-Karten. Wir fangen jetzt an. Hier haben wir Stamps und Seeds. Okay, das ist jetzt... Also Rich-Karten ist jetzt nicht unbedingt... Naja, aber es kann ja sein, dass vielleicht doch noch eine legendäre Karte irgendwo dabei rauskommt. Das ist jetzt Pull Nummer 3. Pull Nummer 4. Pull Nummer 5. Pull Nummer 6. Pull Nummer 7. Pull Nummer 8. Pull Nummer 9. Nummer 10. Ja, und da kam jetzt leider nichts bei rum. Das ist ein bisschen schade. Aber gut, was willst du machen? So, dann gehen wir hier oben rein und holen uns hier ein paar Golden... Nee, ich mache jetzt hier einfach nur mal hier vorne einen einzigen kleinen Pull. Schauen wir mal, was hierbei rauskommt. Ein kleiner Pull. Und da haben wir die 200 und zweimal den Country Club Steve. Bisschen Pech jetzt. Okay, aber vielleicht kriege ich ja hier noch aus den Golden Turds irgendwas raus. Schauen wir mal. Wäre ja mal nicht schlecht. So eine Rich Lila. Ein goldenes Stück Scheiße. Das ist natürlich außer die Epic, die ich am meisten hoffe. Oh, Max Jets. Okay. Die hätte ich gerne nochmal. Country Club Stan. Komm, mach nochmal Max Jets. Da ist noch eine hinterher, wäre geil. Eine Daughtery Chateau. Aber das sind... Wenn die nicht... Wenn die einfach nur unfused sind, dann ist das nicht so wirklich prickelnd. Aber vielleicht kriegen wir noch irgendwas raus. Müssen wir mal schauen. Also hier kann ich jetzt erstmal aktuell nichts mehr machen. Da sind mir die Hände gebunden. Wir gehen jetzt hier runter. Hier habe ich jetzt nochmal elf Greater Epic Stones. Schauen wir mal, ob wir da vielleicht noch eine Leji rausbekommen. Ich muss einfach irgendwie nochmal mein Deck ein bisschen pushen hier. Vor meinem zweiten Count. Da muss ich noch ein klein wenig tun. Nochmal ein goldenes Stück Scheiße. Brauche ich nicht wirklich das Ding. Das ist Käse. Also es ist nicht ganz Käse. Aber es ist schon nicht so toll. Amy. Ja, Problem bei der Amy natürlich. Klar, logisch ist eine Ridge-Karte. Aber sorry, wenn die eben mit irgendwas anderem kombiniert wird, dann ist das Ridge weg. Und dann hat sich das auch schon wieder erledigt. Dann ist der BGE-Effekt auch schon wieder dahin. So, Generalprobe. Das heißt also, solange die einfach nur gespielt wird, ist es okay. In dem Moment, wo sie gefused wird, ist es dann auch schon wieder scheißegal. So, Money Goat. Oh Mann. Komm. Auf geht's jetzt. Ne Peggy. Yippie, ja, yay, yippie, ja, yo. So, was haben wir denn noch eine Crack Mansion? Ja, dann haben wir einen Kraftstein. Mit einem S und M, Peter. Und dann habe ich hier noch vier legendäre Steine. Vier Legendary Pulls. Gucken wir mal, was da noch bei rauskommt. Und dann kann ich da oben nochmal einen Pull machen. Einen Ireck Lobster, okay. Und was haben wir hier noch? Hier haben wir noch eine Fart School Jimmy Junior. Die ist immer gut. Kann man immer gebrauchen. Und eine Biegeschule. Kann man auch immer gebrauchen. Da oben brauche ich noch ein bisschen für die Super Mythic Stones. Ja, jetzt müsste ich mal ganz kurz ins Deck rein. Und dann machen wir noch da oben so einen Common Pack Pull. Schauen wir mal hier mal den ganzen Käse recyceln, den wir nicht brauchen. Wie viel sind denn das? Das ist der ganze Schmon sind es da. Dann schmeißen wir den ganzen Rotzekram da raus. Jetzt bin ich ein bisschen vorsichtig inzwischen, was meine Epics anbelangt. Weil, ja, können ja unter Umständen für irgendeinen Clash mal Sinn machen. Also da kommt dann... Ah, guckt mal hier die Biegeschule. Biegeschule kann ich tatsächlich komplett maxen. Das ist natürlich geil. Habe ich die eigentlich schon hier drin? Nein, die habe ich jetzt nicht drin. Das macht wirklich Sinn, sage ich mal. Da gehe ich jetzt auch mal ganz kurz drauf. Und die hole ich mir mal kurz ins Deck rein. Normalerweise müsste die ja echt super gut erforscht sein. Ja, die habe ich ja... Oh, da kommen schöne Sachen raus. Die maxe ich jetzt einfach mal. Und da macht die auch schon ein bisschen mehr Spaß. So mit dem Wert da unten. Wollte ich die jetzt nicht unbedingt im Deck haben, weil sie dann doch zu einfach ge-first-hitted werden kann. Äh, gewone-hitted werden kann. Aber wenn wir die jetzt hier nochmal komplett maxen, könnte es unter Umständen ein bisschen interessanter werden. Zumindest mal als Angriffskarte. Hier 15,34. Die lassen wir jetzt einfach erstmal so. Gucken wir mal, was wir sonst noch rausholen können. Jetzt gehe ich nochmal zurück hier. Wir werden jetzt weiterschauen. Was kann ich hier noch machen? So, das war jetzt auf jeden Fall schon mal gut. Die Biegeschule. Also Bierwasser werde ich mit Sicherheit nicht brauchen können. Wer weiß, kommen sie vielleicht irgendwann mit so einem Restaurant-Schrott. Also Boys for Now werde ich auch nicht brauchen können. Hier Brian's Martini. Was sollen da für Kombos dabei sein, die in irgendeiner Form interessant sind? Das machen wir mal alles hier weg. Na, Chemielehrerin Peggy auch weg damit. Ich habe so viele educated. Ach, genau. Da können wir auch nochmal schauen. Hier beim Country Club Steve. Was der eigentlich jetzt für Werte hat. Wenn wir den hier mal hochleveln. Was passiert denn da überhaupt? 9,37 ist nicht wirklich prickelnd, muss ich sagen. Also bin ich jetzt nicht begeistert. Dales Artillery fliegt raus. Die brauche ich alle nicht. Komm, eine können wir lassen. Ne, die können wir auch nicht lassen. Die besten Damenringen, weg damit. Brauchen wir auch nicht. Die besten Sumpfpartys, weg damit. Disco-Krimi, weg. Da haben wir eine Dr. Amy Wong. Die lasse ich aber aus meinem Deck momentan raus. Weil ich sehe da mit den Werten keinen Sinn da drin. Oh, jetzt muss ich mal gucken. Fartskool Jimmy Junior. Habe ich die? Wie sieht es denn hier aus? Habe ich die? Da habe ich die. Ey, geil. Geil, 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 geil. Mega. Fartskool Jimmy Junior kann ich jetzt hier, wo ist sie denn? Ich will jetzt nicht schon wieder filtern, weil dann fliegt mir alles andere weg. Aber die kann ich jetzt mal hier maxen. Und das, allein dafür hat sich schon der Pull jetzt gelohnt. Eine Fartskool Jimmy Junior, die hat jetzt gleich richtig gut Leben und wird dadurch dann noch schwerer anzugreifen sein. Natürlich auch mehr Schaden anrichten. Das ist schon mal, das hat Sinn gemacht. Diese Karte hier ist echt mega effektiv. Auch wenn sie jetzt nicht, weder zu Drunk gehört, noch in irgendeiner Form hier mit Rich zu tun hat. Aber das Ding ist geil. Jetzt haben wir schon 59. Wir haben eine 8er Mauer und mit dem Ding kann man echt was anfangen. So, dann gehen wir mal wieder ins Recyceln rein. Jetzt muss ich wieder da rüber. Gehen wir bis zur Fugenpistole. Wo war die? Ich muss hier schneller scrollen. Wo ist die Fugenpistole? Da war sie doch gewesen. Hier haben wir eine Francine. Ich mag die Francine nicht. Aber wer weiß, vielleicht gibt es irgendeinen komischer Francine Smith. Oder ja, Francine Smith würde mir dann ja auch nicht helfen. Aber irgendein Francine-Ding da. Ja, ich lasse die jetzt mal da. Diese goldenes Stück Scheiße-Dinge. Gute-Nacht-Geschichten bringt mir jetzt auch nicht so wirklich viel. Irag Lobster. Oh, einen Irag Lobster, den kann ich auch inzwischen maxen. Auch das interessant. Hier haben wir noch einen Josh. Den schmeiße ich weg. K-Pop-Video müsste ich nochmal schauen. Und Karaoke-Kahn brauche ich auch nicht. Weg mit dem Ding. Da hier diese komische... Lila könnte unter Umständen mal Sinn machen. Leuchtpistole war, glaube ich, schon ein bisschen spezieller gewesen. Lobrau. Weg damit. Lois-Klavier braucht man auch nicht, wenn man genügend legendäre Karten in dieser Richtung hat. Da, diese Max-Jets. Die können wir uns mal ganz kurz anschauen. Wie hoch kriege ich die eigentlich? 11,33. 7,8,5. Das ist mir zu schwach momentan. Das ist mir wirklich zu schwach für mein Deck. Finde ich, macht nicht so wirklich Sinn. Deswegen lasse ich die auch raus. Moneygoat fliegt dafür weg. Da haben wir den Mushu. Wenn wir sonst sagen, was, was wir hier noch recyceln können. Pimperu brauche ich auch nicht. Player Express-Schiff lasse ich mal. Ready for Santa. Refreshing Crack lasse ich jetzt auch mal. Ringen brauchen mit Sicherheit kein Mensch mehr. Also ich nicht. Roger dreht ab. Da, das, 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 das. Ruppert lassen wir mal. Spielzeugkarten. Samurai, Toshi, fort damit. Ich habe so viele Fighter-Kombos. Der kann weg. Santa Roboter kann auch weg. Schutzanzüge. Diese Karte verfolgt mich bis in den Schlaf. Selbstverteidigung für Frauen. So, eventuell. Stamps and Seeds lasse ich jetzt auch mal. Den Stewie lasse ich mal drin. Strahlenkanone lasse ich auch mal so drin. Drunken Clam werde ich mit Sicherheit nicht gebrauchen können. Die kann auch weg. Brauche ich auch überhaupt nicht. Ich habe so viele Drunk-Karten. Da brauche ich das hier mit Sicherheit nicht. So, Truthahn, Football. Unerwartete Waffe. Vitruvianischer Mensch. Fort damit. Ich habe so viele, unfassbar viele Vitruvianische Menschen. Vorschulstewies. Die können auch weg. Brauche ich auch nicht mehr. Und hier diese Weinschuhe sind auch völlig uninteressant. Weg, 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 weg. Da kommt jetzt ein bisschen was zusammen. Das finde ich auch ganz gut so. Und jetzt können wir noch mal kurz schauen. Wir filtern jetzt noch mal hier nach den legendären Karten. Jetzt habe ich ja eigentlich genügend Platz geschaffen. Jetzt können wir hier noch mal einen großen Pull machen. Den werden wir jetzt auch tun. Also hier noch mal dahin. Das Aktualisieren. Da kommt jetzt dann doch einiges zusammen. 348 können wir machen. Den Rest lasse ich dann erst mal. Dann schauen wir mal, was da jetzt noch durchgerattert kommt. Vielleicht habe ich ja ein klein wenig Glück. Und es passiert etwas Tolles. Wer weiß. Schauen wir mal. Also. Und jetzt lassen wir es einfach mal laufen. Hier kommen Gigiwatz. So. Und dann geht es los. Wir sind noch im grauen Bereich. Jetzt gleich dürfte der grüne Bereich starten. So. Eins. Zwei. Drei. Und grün. Genau. Habe ich mir schon fast gedacht. Und jetzt sind wir... Oh. Einen Roger habe ich noch mit hinzubekommen. Das ist doch auch schon mal nicht schlecht. Hier gehen wir jetzt noch mal ins Deck rein. Jetzt schmeiße ich gerade mal gleich wieder diese ganzen... Recycle ich jetzt die ganzen Commons und die ganzen grünen. Die brauche ich auch nicht. Die will ich auch gar nicht haben. Und es ist mir auch völlig wurscht, ob da irgendeine Mac dazwischen ist oder so, die ich auch nicht haben will. So. Fort damit. Ja. Ähm. Das... Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz da rein. Es könnte ja eventuell sein, dass da dann noch was Sinnvolles bei rausgekommen ist. Ähm. Gehen wir hier nochmal hin. So. Die haben wir ja inzwischen maxen können. Die Flag Football... Sollte ich ersetzen durch Begrüßungsmojitos. Habe ich bis jetzt noch gar nicht gemacht. So. Dann geht es weiter. Die Biegeschule nehme ich... Sollte ich... Jetzt für den Angriff gleich mal mit reinnehmen ins Deck. Werde ich auch tun. Ich nehme die jetzt einfach mal rein. Die können wir danach wieder rausschmeißen. Blurzball lassen wir mal drin. Ähm. Bugstart. Cat Guards. Dr. Amy Wong. Flag Football Fugenpistole. Macht jetzt auch nie so viel Sinn. Highschool Bill ist auch so eine Karte. Die ist natürlich mega cool. Aber nicht, wenn sie einfach nicht gefused ist. So. K-Pop. Muss ich auch mal gucken. Haben wir da noch irgendwas? HJK. Nein, haben wir nicht. Leon Peddard. Ist natürlich mega krank. Sehr, sehr stark. Gibt es unfassbar starke Kombos für... Professor Baxter. Ja, der hat 6,49. Die Mind Jalob sollte ich mal... Eigentlich mal reinnehmen. Aber... Ja, die nehme ich mal für den Kleiderschrank rein. Ich frage mich sowieso jetzt gerade, warum ich den noch so drin hatte. Ach, das war aber wegen dem Siege noch. Okay. Power Tucket Patriot Ale. Den Philip J. Fry. Der ist mir in der Version zu schwach. Ich kann es ehrlich sagen. Roger habe ich schon einmal drin. Serviettenkunst ist nice. Aber... So, Stuffing Academy haben wir. Und den Rest, den können wir jetzt einfach mal so stehen lassen. Okay. Damit bin ich jetzt mit meinem Deck durch. Normalerweise müsste ich es jetzt runterbrechen. Noch auf 25 Karten. Das mache ich aber ein andermal. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen da oben. Dann schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Animations Rodeon. Mit mir nirgends gleich. Haut rein. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.